Herzlich Willkommen zu REaktuell, unserem Wochenmagazin auf RE1-TV. Ich bin Dietmar Nardin und folgende Beiträge haben wir diese Woche für euch bereitgestellt. Arbeiten in und an der Natur, es tut sich was in der Bergwelt Hanenkamm, ein Abwechslungsreiches Kulturprogramm, eine Vorschau auf die 33. Kulturzeit Hohenzel, der Wochenblick, sieben Tage außer fern, ein Blick in den Bienenstock, wir schauen zurück in das Jahr 2017 zu unserem Besuch beim Inka Florian Perle in Elmen. Große Pläne präsentierten die neuen Eigentümer der Bergwelt Hanenkamm im vergangenen Herbst. Jetzt sind die Bauarbeiten voll im Gange und wir haben gemeinsam mit Eberhard Jähle, dem kaufmännischen Leiter, den Baufortschritt unter die Lupe genommen.